Hallo ihr Lieben, schön, dass ihr da seid zu unserer Ermutigung heute. In der Gemeinde in Korinth, da kam es zu Auseinandersetzungen und es gab unterschiedliche Parteien in der Gemeinde. Die einen haben gesagt, ich halte mich zu Paulus und zu seiner Theologie, zum Evangelium, wie er es verkündigt. Und die anderen haben gesagt, ich halte mich zu Apollos, zu dem, was er predigt und wie er das Evangelium auslegt. Und andere wiederum haben sich zu noch anderen Predigern oder Autoritäten in der Gemeinde gehalten. Und so gab es Streit. So viel anders als wir waren die Korinther also nicht, denn genau das gibt es ja auch heute in Kirchen und Gemeinden, dass Menschen sich zu unterschiedlichen Autoritäten halten, zu unterschiedlichen Arten und Weisen das Evangelium auszulegen und dass es darüber zum Streit kommt. Interessant finde ich, wie Paulus darauf reagiert im Losungsbuch heute. Da wird hingewiesen auf 1. Korinther 3, Vers 11. Da schreibt Paulus, denn einen anderen Grund kann niemand legen außer dem, der gelegt ist. Welcher ist Jesus Christus? Und der Zusammenhang, in dem er das schreibt, der Paulus, ihr könnt das mal nachlesen in 1. Korinther 3 im Neuen Testament, der Zusammenhang ist genau diese Auseinandersetzung, von der ich gerade gesprochen habe. Dass einige sagen, wir sind Paulus-Leute und andere sagen, wir sind Apollos-Leute und wieder andere sagen, wir sind noch ganz andere Leute. Und Paulus, das finde ich ganz bemerkenswert, reagiert in seinem Brief nun nicht so, dass er sagt, prima, wenn ihr auf meiner Seite seid und alle so denkt wie ich und schießt den Apollos doch ab, sondern Paulus reagiert ganz, ganz anders. Er sagt nämlich, es geht doch im Kern gar nicht um Paulus oder Apollos oder sonst wen. Es geht nicht um Luther oder Calvin oder Zwingli oder den Papst oder Dorothee Sölle oder Karl Barth oder sonst wen. Im Kern geht es in der Gemeinde doch um Christus. Das ist der Grund der Gemeinde. Und darauf sollten wir uns konzentrieren, auf unsere Liebe zu Christus, auf das, was er für uns tut und auf den Gehorsam, den wir ihm und seinem Wort schuldig sind. Ich glaube, wir könnten in der Kirche viel Streit und viele Auseinandersetzungen hinter uns lassen, wenn wir uns genau darauf konzentrieren würden. Auf Christus, auf seine Liebe zu uns und auf unsere Liebe zu ihm. Und wenn wir nicht anderen Autoritäten nachfolgen und ihnen Raum geben, sondern Jesus die Autorität in der Gemeinde geben. Ich wünsche euch einen guten Tag, ihr Lieben. Wenn ihr Lust habt, lest mal 1. Korinther 3. Seid behütet, seid gesegnet, passt gut auf euch auf, passt aufeinander auf und wenn ihr wollt, dann bis morgen. Tschüss.